hallo meine lieben willkommen zurück bei einer weiteren runde arg schön dass ihr damit dabei seid freut mich euch wieder hier begrüßen zu dürfen jetzt hat sich ein bisschen was getan es hat sich ein bisschen was verändert ich habe ein bisschen umgebaut zum einen haben wir ja schon mal jetzt die unsere zwei artefakte hier oben guck mal hinten ist ein loot drop der muss noch einmal hin die artefakte habe ich hier mal spaßhalber aufgestellt einfach mal so weil was können so jetzt ich auch ein bisschen was getan aber dazu gleich würde sagen wir fliegen erst mal schneller rüber und krabbeln uns den drop ab in der hoffnung dass da was gutes drin ist und dann schauen wir uns den rest der umbaugeschichte an so augenblick augenblick bin mal gespannt und herr wird wir machen wir mal weg den burschen soll das ist sein kollegen aber der ist aber auch hübsch warte mal anders da geht doch jetzt aber schnell jetzt aber schnell was haben wir hier nicht schlecht und was hat unsere was hat unsere ok die unsere hat mehr aber egal kann ich schaden immer satz zu haben sowas mal zurück sausen was war das achso nix nur ein stein ok sausen wir zurück so ja wie gesagt hat sich ein bisschen was gesagt ich habe ein bisschen aufs screen wieder mal ein bisschen was gemacht so was ist noch alles aufgesammelt hier haben ein paar pfeile ein bisschen leder naja das kannst du behalten erstmal so gut wie man sieht hier ich habe die crafting ecke erweitert hat mir weiter gedauert deswegen ja deswegen offscreen musste ganz herum probieren das auch so hinzukriegen wie ich es wollte jetzt sieht es tatsächlich so aus jetzt habe ich hier mal zwei bücherregale einmal für alles mögliche und ein bücherregal ausschließlich versatteln versettel naja hier haben wir ressourcen schränke hier drin ja obsidian farm war ich auch der müsste da sind klamotten drin und hier so waffen und der ganze krusch da kann man sich am bus gleich mal dazu tun die schmelze habe ich auch umgestellt ich habe auch hier naja laufsteg wie auch immer habe ich auch mal erweitert die leiter ist anders anders und das kleine und das kleintier gehege ist auch anders so dieser läuft ja alle gegenseitig auf die füße weil es spaß macht da kommen wir hier ein frühstücksei ja falls sich der andere wundert warum hier so wenig dodos rumlaufen ich hatte es aber auch schon wieder eine weile her mein kleines malheur ich wollte mit der über eigentlich ein tier greifen habe statt c aus für sie in die rechte maus das gedrückt und natürlich hat sie dann den bildstrahl losgelassen und hat dabei eigentlich zwei dodos getötet dumm gelaufen würde ich sagen schade ausgerechnet der weiße der weiße rote dodo den hat es leider erwischt schade 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 so was haben wir jetzt hier schadekateriumsattel alles klar ich darf es nur nicht vergessen auch in Zukunft mal vorher in den Schrank zu gucken ob wir hier irgendwas an satteln haben bevor ich jetzt mal freischalte oder die ja die billowsettel kraften das gleiche für den quetzal ich hatte nämlich einen guten quetzal sagt mir irgendwo rumfahren ja hier haben wir auch hier sind die fertigen settel ja diplo sattel haben wir noch hier hin und dann und ein haufen froschsettel was ist das hier arthur pleurer was war das nochmal weil das war doch der tausendfüßler die alles täuscht pelagornis baryonyx ja ja alles noch tiere die wir brauchen iguanadon araneo manta naja schweiler pelagornis sogar zweimal und quetzal wir jetzt auch noch aber das liegt nur daran weil ich den quetzal getauscht habe so ähm nimm 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 n不是 nimm n � wegrast den d mal rüber. Ich hatte die Tage mal einen Biber in die 10-Box gepackt, den ich eigentlich 10 wollte. Ich habe ihn auch betäubt. Was? Achso, ist immer drin. Okay, ich muss auch ihn langsam mal nachlegen, so wie es aussieht. Ja, ich hatte den Burschen auch betäubt, aber da habe ich vergessen, ihn nachzubetäuben und er ist irgendwann aufgewacht. Jetzt muss man mal gucken, ob er immer noch da hinten rumstromert. Oh, hier müssen wir bald nachlegen. Hier muss ich bald nachlegen. Alles klar, machen wir nachher. Nur nicht vergessen. Ja, im Vogelhaus habe ich auch ein bisschen umgebaut. Das können wir uns eigentlich gleich noch schnell machen. So, fliegen wir gleich mal hoch. Ha, sieht doch schon ganz cool aus hier. Hat sich zwar jetzt nicht allzu viel getan, aber ich hatte jetzt auch noch eine kleine Plattform da hochgezimmert. Keine Ahnung wieso, keine Ahnung warum. Einfach, weil ich es kann. Und weil es gut aussieht. So, jetzt kommen wir hier auch an die Baumharz-Sammler dran. Ganz wunderbar sogar. Na, wo sind andere? Ach hier. Echt, habe ich die beide? Ah ja. Okay. So, die sammeln hier ganz schön fleißig Baumharz. Gut. Achtung, Füße. Au. Ja, ein paar Vögel haben jetzt müdeweil auch schon Namen bekommen, nur damit ich sie langsam auseinander halten kann, weil hier es wurde langsam mühsam. Jetzt haben wir jetzt hier einmal die Dark Princess. Oh, hier hat ein Level-Up. Sehr schön. Oh, hier hat er schon 10.000. Das Rotköpfchen. Für die hier ist mir leider noch keinen Namen eingefallen. Und für den Jüngsten hier in der Truppe, der Junior. So, ist ja unser Zuchtvogel hier tatsächlich. So, Ciri, Grünschnabel und Hermine haben wir ja alle. Jetzt wird nur noch ein Name, dann haben wir alle Vögel benahmt. So, jetzt aber schon mal rüber gucken. Was ist mit dir? Es kann doch so laufen. Ah, du stehst nicht auf Wandern, ne? Hm, okay. Mein Fehler, hatte ich vergessen. So, wollen wir mal sehen, ob der Biber noch da ist. Es war kein hoher, aber dafür ein schöner. Ich hatte, glaube ich, nur Level... Oh, der ist nicht mehr da. Oder? Nö, ist weg. Ist weg. Schade. Na gut, er hatte eh... Der war... Ja. Der hatte eh ein niedriges Level. Aber dafür sah er gut aus. Dafür war er hübsch anzusehen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir könnten theoretisch anfangen, mal... Metallstrukturen zu craften. Weil ich hab zwar fleißig farmen. Metall, müssen wir uns eigentlich genug haben. Und das Einzige, was wir noch holen müssten, vielleicht, wäre nochmal Zement. Da haben wir nicht allzu viel. Hier haben wir noch... Ja, hier haben wir noch Metall ordentlich und im Ofen auch noch. Also, das könnte eine Weile reichen, aber... Na ja, auch nicht allzu lange. So, pass auf, das kommt wieder weg. Warte mal, das können wir mal mitnehmen. Ich glaube, gibt es mal her. Okay, pass mal auf. Ich würde sagen, wir machen... Wir ziehen mal ganz kurz los. Was fehlt denn noch? Was wollte ich jetzt? Ah. Äh. Ja, 400. Komm. Wir ziehen mal ganz kurz los. Und sammeln vielleicht mal ein bisschen Zement noch. Dafür nehme ich aber einen anderen Vogel mit. So, lande mal. Ich sage, ich habe natürlich einen super Landepflass ausgesucht, Hermine. Dann lande eben hier. So, wir könnten ja mal unser Rotköpfchen. Du hast jetzt 8.000 Leben. Was hast du? Äh, du musst noch ein bisschen leveln. Dafür hast du mehr Schaden. Ja gut, einen Horus haben wir oft genug mitgenommen. Wie sieht es mit dir aus? Och, ja. Unsere Prozessin ist ja nicht ganz gut. Grünschnabel, mit dem sind wir auch noch nicht oft unterwegs gewesen. Ah, du hast noch Kruscht drin. Okay, dann bist du ein andermal dran. Ja, du bist ein andermal dran. Komm, dann nehmen wir mal Rotköpfchen mit. So. Hui. Unser hübscher Vogel hier. So, pack mal ein. Oh, du hast kein Fleisch. Du hast kein Fleisch. Was hast du mir jetzt hier gleich noch... gleich noch ein gutes... ein gutes Fleisch hier wegschnappulierst. So, 250 dürften reichen. Zack. So. Also, wie gesagt, wir zischen mal ganz kurz losgucken, ob wir noch ein bisschen Zement finden. Und ja, falls wir unterwegs was Themenbares finden sollten, machen wir das... nehmen wir das gleich mit. Hä? Hä? Was? Was ist denn das jetzt? Seht ihr das auch? Und der hat ja auch eine hübsche Farbe hier, der Gursche. Wieso ist das Wasserrot? Göttes, gehört das jetzt wieder mit zum Event, dass hier das Wasserrot... Oh, das sieht ja geil aus. Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie cool aus. Krass. Einfach mal das Wasserrot gefärbt. Nicht schlecht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tilakoleu. Tilakoleu. Krass. Ich glaube, das liegt bestimmt am Event. Ich glaube, das liegt am Event. Haben Sie mal Spaß? Haben das Wasserrot gefärbt. Das sieht nämlich ganz danach aus. So, Biberle. Da rennen doch welche rum. Guck mal. Der sieht aber offen. Ach, das ist ein 55er. Was haben wir hier? 15er. Ah ja. Easy. So, wir suchen aber lieber Dämme. Wenn ich der an sich rausgehe, sehe ich vielleicht mehr. Was los? Was ist jetzt giftig? Kann man das trinken? Offenbar. Alles mit dem Alten auch. Ich dachte, das ist ein roter Fahrbad. So, wo ist denn hier ein Biberdampf? Was ist denn sonst seitdem faul geworden? Was ist das vielleicht da hinten am Land? Was sind das schon wieder? Ein Bär. Äh. Sie hat hier keine Biberdämme. Haben die noch gar nicht nachgespawnt vom letzten Mal. Das könnte natürlich sein. Dass die noch gar nicht nachgespawnt sind hier. Da rennen auch erstaunlich wenig Biber rum. Was ist denn das? Was ist der helle Fleck da? Ein Schneckle? Nee. Nur ein heller Pixel. Äh. Hm. Ja. So kann man die Zeit auch verplempern. So kann man die Zeit auch verplempern. Ach, guck mal da. Guck mal da. Da haben wir noch einen Biberdampf. So, warte mal. Wirst du auch passen? Jo. Hallo. Was für ein Level hast du? 95? Könnte besser sein. Ja, ich will nur mal kurz da reingucken. Warte mal kurz da reingucken. Hm. Toll, jetzt ist der Wachbiber hier. Der geht irgendwie nicht weg. Haben wir noch einen anderen? Nee, ne? Scheiß, Pico, Mastax. Haupe, los ab. So, jetzt aber schnell. Uhuhu. Oh, nicht ins Inventar bist du verrückt. Zack. So. Jetzt war er aber langsam. So, das war's. Ich habe mal erbeutet. Ja, besser als nix. Besser als nix, würde ich sagen. So, wie ist das, was jetzt eigentlich blau und der Rest rot? Gibt's ja noch... Warte mal. Moment. Jetzt habe ich doch irgendwie das Verlangen, mal noch kurz nach unten zu fliegen und zu gucken, wie das Meer aussieht. Da wird mit Rot und dem Wasser. Das ist ein Kanu. Das ist ein Kanu, muss man sagen, eigentlich auch mal zähmen. Jo, okay, das Wasser ist blau, ganz normal. Okay, hätte es sein können, dass es Meer ja auch rot gefärbt ist. Hätte ja sein können. Ich frage mich, wann das rot gefärbt ist. Ich war ja gestern noch... Ich war gestern noch drin und habe gefarmt und gemacht. Da ist mir aber nix aufgefallen. Gut, ich bin auch nicht rumgezogen. Ich war ja nur innerhalb der Basis. Da ist mir nix aufgefallen. Hm, okay, naja. Also, okay, wir sausen mal zurück. Offenbar. Oh. Oh, du siehst aber überzugrichtet aus. Guck mal, das ist ein hübscher. Das ist ein hübscher. Schön weiß. Aber das ist ein winziges Level. Wie viele Bären hier rumlaufen? Ziemlich viele. Komm, Rotkäpple. Mach mal rein. Rotkäpple, das... Genau so hätte ich es eigentlich nennen sollen. Rotkäppchen. Das bin dann immer um. Das Vogel heißt Rotkäpple. 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 Naja, okay. Biber, der muss sich wohl ziemlich mau auskommt momentan. Ich frag mich nur warum, weil sie rennen ja auch viel mehr Biber rum. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Da rennt noch einer. Du bist der 55er, richtig? Ah, was willst du denn damit? Jo, du bist der 55er. Ungefähr so ähnlich. Nur, dass die Farben andersrum waren. Und sah der Biber aus, den ich da in den Teambox geworfen hatte. Jo, aber... Okay, dann müssen wir irgendwann später mal wiederkommen. Das ist hier... Ne, da ist noch einer. Da, da, da. Da ist noch einer. Da haben die blaue Hirschkuh. Die sehe ich jetzt auch schon seit mehreren Tagen. Das ist aber auch nur eine 20er. Die sieht auch gut aus. Ah, ha, ha. Äh, wo war's jetzt? Da bin ich da im Gestripp, oder? Ich hab doch gerade noch... Ich hab gerade noch einen Biber dann gesehen. Wo ist er jetzt hin? Hä? Ich verzweifle. Wo ist der Biber dann hin? Ich hab einen gesehen. Direkt am Wasser stehen. So, was? Was kann er denn noch hier im Gestripp stehen? Augenblick. Warte mal. Ja, ja, da steht er noch. Versteckt. Versteckt. So. Nicht ins Inventar. Der Herz ist... Scheiße, wo ist mein Vogel? Da, da. Scheiße. Das war nicht die beste Idee, hier im Gestripp zu parken. Sollen wir die blaue mitnehmen? Die hat eine hübsche Farbe. Die ist wirklich hübsch. Aber Level 20. Level 20. Was haben wir denn damit? Die hält doch nichts aus. Das ist, äh... Ja. Können wir als... Heute benutzen. Hm. Ja, komm. Lass sein. Lass sein. Level 20 ist mir zu... zu klein. Das ist mir zu klein. Okay, von hinten sieht das Vogelhaus ein bisschen seltsam aus ohne Fenster. Muss ich zugeben. Das sieht ein bisschen seltsam aus. So, die Spinos trainieren immer noch Kreise. Zumindest einer davon. So, immerhin ein bisschen Zement ergattert. Nicht viel. Ein paar Silizienperlen haben wir auch. So, den Rest. Die Crew, die hier können sie wegschmeißen. Ciao, ciao. Ciao. So. Wir werden mal sehen. Ja, hier haben wir noch Farbe drin. Ähm... Was ist denn hier? Äh, Metall. So, jetzt ist die Frage. Was genau? Ich hab noch gar keinen Plan. Ich hab noch gar keinen Plan, was ich wie wo bauen möchte. Deswegen... Deswegen... Blöp. Fetzen wir mal kurz rüber. Mal gucken mal. Dauert immer ein bisschen. Ja, hallo. Da müsste... Ja, genau. Da müssen wir immer wieder vorbeischauen. Unseren zwei Rechse hier. Hallöchen. Du bist ein Männle, ne? Okay, Fleisch hast du. Gut aussehen tust du. Du warst ein Weibchen. Jo, schade. Wärst du jetzt ein Männchen gewesen, hätte ich dich direkt mitgenommen zum Verpaaren. So. Ey, pass auf mit deiner Nase. So. Jetzt mal gucken. Irgendwo hier, so wollte ich ja unsere Basis hinzimmern. War so der Gedanke. Aus Metall. Metall Basis. Jetzt ist die Frage nur, wie? Wie fange ich an? Was genau baue ich? Also wir haben hier sehr viel Platz. Das steht... Das steht schon mal fest. Platz haben wir hier mehr als genug. Oh, guck mal. Der ist ja hübsch. Hast du Glück, dass ich den Affen dabei habe? Sonst hätte ich den jetzt mitgenommen. Wir könnten... Upsa. Lande mal. Oh, das sieht aber auch gut aus hier. Uh. Warte mal. Fliegen wir mal davor. Ich glaube, da war ich schon mal gucken. Aber das hat mir dann nicht gefallen oder nicht zugesagt. Das ist jetzt zugesagt schon. Aber das war ja wieder so zerklüftet, dass man hier die Tiere nicht vernünftig bunkern können. Das ist genau das Problem, was ich jetzt die ganze Zeit habe. Und so mehr Tiere ich ran schaffe, umso enger wird es einfach. Obwohl die Base so groß ist. Aber sehr halt cool aus. Sieht halt cool aus, wenn er so ein bisschen zerklüftet ist, ne? Oh, du bist ja auch gut. Du siehst ja auch gut aus hier. Hübsche Farbe. So, Skorpion haben wir auch noch keinen. Ja. So, hier hat man... Hier ist schon gut. Hier hat man zwei Etagen. Hier könnte man bestimmt irgendwas machen da. Damit... Oh, guck mal. Guck mal, Vögelchen. Vögelchen. Äh. Oh, wow. 90er. Interessante Farbe. Guck mal, der Ankühle da hinten ist auch hübsch. Ja, ich gucke schon, der Vögel. Das ist eine Katastrophe. Was ist da unten? Ein Hygiene. Ich glaube, ich werde diese grünen Viecher nicht mal los. Ich muss die grünen mal töten. Oh. Meine Güte, was eine hübsche Katze. 135er, das sollte man eigentlich mitnehmen. Heiligsblechle, das ist ja... Das sollte man ja fast eigentlich mitnehmen. Wir könnten natürlich... Ne, das wäre halt schade. Dann würden hier keine Agentaren im Spawn. Jetzt mal gucken. Wir könnten uns ja das Ding hier... Das ist da... Ja, was auch immer. Was das genau sein soll. Mit integrieren. Ich könnte da mehr oder weniger einziehen. Mal wohl. Wenn ich mir das hier oben so angucke. Ah, der Platz hier sieht schon geil aus. Also... Das ist auf jeden Fall... Da unten kommt hier wieder Redwood. Davon haben wir ja, glaube ich, genug mittlerweile. Also ich würde zwar gerne mal anfangen zu bauen hier. Ich habe allerdings noch keinen großartigen Plan. Was und wie. Oh, guck mal. Allos. Sogar hübsche Allos. Mal alle drei auf einmal, die eine hübsche Farbe haben. Und du... Ne, warte mal. Du, du, du. 25, soll das ein Witz sein. Halt, die Katze wollte ich ja nicht angucken genau. Was ist alles mit dir los? Oh, na, wir puken. Wir puken. Ja. Mach weg. Ich bin mir gleich Woodkipsisch zu Ende. So, komm, komm, komm. So. Der ist auch Geschichte. Ja, gut hast du es gemacht. Gut hast du es. Oh, hui, hui, hui. Ui, uff. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Schnell weg. Schnell weg. Jo. Okay, zurück zum Plan. Hm, hübscher Steho. Also, ich hätte gerne wieder ein, zwei Sachen erhöht gebaut. Aber, das wird ja gar nicht so einfach, weil... Weil, hier alles ziemlich eben ist. Aber mir gefällt halt nicht das Fleckchen, wo die Rexe jetzt stehen, halt sehr, sehr gut. Das gefällt mir hier halt schon sehr gut. Vor allem, hier ist auch Wasser, ne? Hier könnte man einfach schön direkt ein Gewächshaus hinzimmern. Hätte man kein Problem mit Bewässerung und allem. Aber das sieht eigentlich allgemein auch schon sehr hübsch aus hier. Oh, guck mal, da eine Motte. Aber die Wüste ist halt direkt in der Nähe, ne? 25. 25. Aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben keinen Stress. Wir können auch erstmal noch andere Sachen machen. Mal sehen. Mal sehen. Jetzt sagen wir erstmal zurück. Warte mal, sollen wir vielleicht die Rexe mal mitnehmen? Und dann lassen wir die hier stehen. Ich finde es irgendwie schade, dass die hier alleine so rumstehen. Naja. Hüpp. So, ich bin Redwood. So, jetzt kriegst du erstmal dein Level, genau. Und zwar würde ich sagen, du hast 8000 Leben. Nochmal der 8.5 draus, offenbar. Okay. So. Ja, gut. Also, wie gesagt, wir haben keinen Stress. Wir haben Zeit. Jetzt mal gucken. Metall. Also hier, wenn ich nur noch wusste, wo sie ist. Aber eine Metallplattform habe ich jetzt schon mal gebraucht, um zu testen, wie es aussieht. Ich hatte den Eindruck, genau. Jetzt muss ich gleich mal noch schnell was, ganz kurz was kontrollieren. Und zwar ist die Plattform kleiner als 0. Okay, dann sah das echt nur so aus. Ich hatte den Eindruck, die Metallplattform wäre kleiner als die Holzplattform. Guck mal hier, da können wir das auch hinzimmern. Na ja, okay. Gut. Ich lasse mir da noch was einfallen. Mal sehen. Ein bisschen was eingefallen ist. Können wir nochmal gucken, was wir ansonsten so machen. Jetzt würde ich allerdings erst mal sagen, die Folge ist leider damit hier am Ende angelangt. Wir sind jetzt schon wieder bei fast 29 Minuten. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und bis dann.